Hallo und Servus miteinander und herzlich willkommen zurück hier zu einem neuen Video bei Let's Go Shopping List. Es freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, das ist so die letzte Programmieraufnahme in meinem Aufnahmemarathon jetzt vor den Festtagen, vor Neujahr und das Ganze. Das finde ich immer ein bisschen witzig, wenn ich weiß, dass dieses Video erst 2021 erscheint, es aber noch vor Weihnachten 2020 aufgenommen wird. Aber so ist das nun mal. Nachdem die letzten Videos auch so verdammt lange waren, habe ich mir jetzt die Freiheit herausgenommen und schiebe hier ein bisschen eine ruhigere Kugel. Also ich werde ein bisschen die Uhr im Blick behalten und schauen, dass wir so spätestens nach knapp zehn Minuten dann wirklich einen Cut machen. Und es geht mir um zwei Dinge. Zum einen möchte ich zunächst einmal, das ist wirklich nur eine Kleinigkeit, aber eine, die mir wichtig ist, hier ein bisschen aufräumen. Was die Dateien betrifft, das habe ich ja schon öfter gesagt, das kommt uns auch langfristig zugute, wenn die Dateien hier ein bisschen besser organisiert sind. Und da kann ich euch einfach mal zeigen, was für Dinge oder Formen der Anordnung ich da bisher für SwiftUI immer ganz nett finde, gerade was die Views eben betrifft. Und im nächsten Schritt werden wir dann mal, je nachdem, wie weit wir damit dann kommen, anfangen, dass wir Shopping-Items in unserer schönen Editierungs-Erstellungsansicht Markets zuordnen können. Das wird sicherlich jetzt noch nicht fertig, aber da fangen wir dann einfach mal grundlegend mit an, dass wir zumindest eine Section haben, wie auch immer. Gut, aber legen wir mal los und fangen mal damit an, hier einfach den Content ein bisschen besser zu strukturieren. Ich weiß, dass das ein bisschen klein jetzt ist und es gibt doch, wartet mal, ganz kurz nur, weil das bietet sich jetzt mal an. Ich habe mich super vorbereitet, wie ihr seht. Da gibt es doch mit Control-Taste, lasst mich mal testen. Ja, Heureka, so, das benutzen wir jetzt. So, keine Ahnung, ob das irgendwie was wird, aber wartet, wie muss, wie komme ich jetzt? Oh nein, ich bin da, ich bin da ein bisschen ungeübt. Warte mal, wenn ich so mache. Ja, 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 Freunde. Okay, so, hier sind wir. Ich hoffe, dann ist es zumindest ein bisschen besser. So, dass man das hier sehen kann, weil wir jetzt wirklich sehr viel hier in diesem Bereich arbeiten werden. So, und was ich generell erstmal mache in meinen Projekten ist, ich habe jetzt mit SwiftUI eigentlich standardmäßig immer drei Ordner. Einen für die Views, einen für das Model und dann noch einen dritten für Resources. Ihr seht ja auch, es gibt hier noch diesen Preview-Content-Ordner, der eben gerade im Zusammenspiel mit der Preview auch interessant ist. Den lasse ich einfach so stehen, aber das heißt hier, da wo die ganzen Dateien drin liegen, das untergliedere ich mir wirklich in Views, Model und Resources. Vor SwiftUI gab es noch einen Controller-Ordner, aber das ist jetzt, kann es weiter hingeben, aber das ist meistens hinfällig. So, und damit fange ich mal an mit dem spannendsten Ordner das nächste Mal, mit den Views. Ja, ich nenne den Ordner einfach View. Und da schmeißen wir jetzt wirklich mal alles rein, was Views sind. Eins auch gleich noch vorneweg. Wir haben ja hier unsere TS-Shopping-List-App.swift-Datei. Das ist ja so unser Einstieg in das Projekt. Das könnte man wohl im weitesten Sinne auch den Views zu ordnen, weil es zumindest auf dem SwiftUI-Framework basiert. Das ist aber für mich so eine Special-Datei, die lege ich momentan zumindest noch nicht in einem separaten Ordner ab, sondern meistens ganz oben, um halt wirklich zu sehen, das ist der Einstiegspunkt für meine Anwendung. Die steht für sich und alles andere folgt dann in entsprechenden Ordnern. So, jetzt gucken wir mal. Gehen wir jetzt mal mal durch. Wir haben die Content-View, wir haben die Shopping-Items-List, wir haben die Shopping-Item-View, den Custom-Edit-Button, die Markets-List, die Ad-Market-View. Das sind alles Views. Genau, und auch diese Binding-Extension rechne ich weitestgehend noch zu Views. Warum? Weil es hier um eine Extension für ein Element aus dem SwiftUI-Framework geht. Ja, da kann man sicherlich drüber streiten, wo man das hinpackt, aber weil wir hier diesen Bezug zu SwiftUI haben, im Zweifel packe ich es dann eher zu Views. Das Erste, was ich mache, ist, ich schmeiße diese Dinge alle mal in Views und hoffe, dass das jetzt hier nicht schief geht, was die Rekonstruktion im Finder betrifft. Xcode ist da manchmal ein bisschen schwierig, auch beim Refactoring, aber es sieht bis jetzt ganz gut aus. Wartet mal, ich mache gerade mal ein Bild. Schön, dass ich das jetzt natürlich nicht sehe. Ah, so kann ich mir das erholen. Ja, Bild. Ich sehe jetzt nicht, dass er succeed, das steht irgendwo hier drüben, aber ich glaube, das ist ganz gut. So, bevor ich hier das alles wieder noch mehr verschiebe, weil ich mich einfach in diesem Modus nicht auskenne, machen wir mal weiter. Was ich hier ganz gerne mache bei den Views ist, auch noch Unterordner anzulegen, sofern es sinnvoll ist. Und tatsächlich, bei dem, was wir bisher haben, möchte ich noch zwei Unterordner anlegen. Der erste ist ganz simpel. Der nennt sich Extensions. Und ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, da kommen eben alle Extensions rein. Und wir haben ja diese Binding Extension und genau die kommt hier schon mal dazu. Ich lege den hier auch mal ganz ans Ende unserer Views. Zack. Ja, weil in anderen Projekten habe ich das auch schon öfter genutzt, weil es doch durchaus öfter mal vorkommen kann, dass für bestehende Typen eine Extension erstellt wird. Ich nutze das auch gerne manchmal für, zum Beispiel im Falle von Models, für eigene Modeltypen, um dort bestimmten Code unterzubringen. Und um das einfach ein bisschen zu differenzieren. Weil diese Binding Extension, ja, die haben wir einmal erstellt. Die nutzen wir auch recht viel. Aber an sich müssen wir da groß nichts mehr machen. Und dann stört die uns auch nicht im Vergleich zu unserem eigentlichen View-Code. Da können wir das auch mal ausblenden und haben das so nicht immer auf dem Schirm. Was ich in diesem Fall auch noch gerne mache, das bezieht sich hier auf unseren Custom-Edit-Button, ist einen Ordner. Den nenne ich ganz gerne Helper-Fuse. Na, schreibt man mal alles groß. So, den schiebe ich mal hierher. Und wie gesagt, da packe ich jetzt den Custom-Edit-Button rein. Da geht es halt wirklich meist um generische Views, die man auch so ohne weiteres in anderen Projekten wiederverwenden könnte. Die halt wirklich nur eine Hilfsfunktion haben. Ja, und das ist halt ein eigener Edit-Button, den wir kreiert haben. Das hat jetzt nichts speziell mit unserem Projekt zu tun. Und deswegen, ja, wird das hier noch ausgelagert. Und den Rest können wir erst einmal so hier lassen. Mit Content-View-Shopping-Items-List. Das werden wir ja dann auch gleich noch ein bisschen refactoren. Gerade dieses Ad-Shopping-Item-View, das habe ich ja schon angedroht, dass mir das so nicht gefällt. Aber das soll es erst einmal sein. Ja, das ist jetzt ein bisschen schöner strukturiert. Haben wir hier unsere Views und ich klappe das gerade mal zu. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Ordner, den ich auf derselben Ebene anlege wie Views. Und den nenne ich Model. Ja, da kommt jetzt also unsere Logik rein. Den lasse ich auch mal hier oben drüber. Und auch was die Dateien betrifft, ist das relativ einfach. Wir nehmen die restlichen drei verbliebenen Zift-Dateien. Persistence, Shopping-Item-Manager und Market-Manager. Und Model ist in der Regel auch immer eine recht einfache Geschichte, weil Model ist keine View. Model, das ist unsere App-Logik. Und die packen wir hier rein. Auch hier habe ich generell keine Schmerzen, auch noch weitere Unterordner zu machen, finde ich jetzt nur noch nicht nötig. Ja, wir haben hier wirklich nur diese drei Model-Dateien. Das ist absolut übersichtlich. Wir haben die allgemeine Persistence-Datei mit unserem Core-Data-Stack und zwei Manager. Ja, sei es drum. Das können wir so stehen lassen. Das passt soweit. Okay, jetzt wird es noch ein bisschen interessant, vor allen Dingen, was so das Zusammenspiel mit dem Finder betrifft in der Projektstruktur. Deswegen werde ich auch, wenn ich das gemacht habe, nochmal in den Finder gehen und gucken, dass das tatsächlich passt. Weil neben Preview-Content haben wir jetzt hier noch drei Dateien. Die Assets, die Infopilist und unser Xe-Data-Model. Und auch das strukturiere ich gerne in einem eigenen Ordner namens Resources. Das stelle ich schon mal. Zack. Ja, also alles, was jetzt nicht mit Quellcode zu tun hat, sondern was halt sonstige Dateien sind, die wir für unser Projekt brauchen, das schmeiße ich gerne in einen Resources-Ordner. Auch, dass es hier einfach nicht so rumfliegt. Ich mag das nicht, wenn die Sachen hier unstrukturiert herumfliegen. Nur ist hier natürlich das Problem, dass die bisherigen Pfade, ich weiß gar nicht, ob der Assets-Katalog davon betroffen ist oder ob er das checkt. Das müssen wir dann mal sehen. Aber auf jeden Fall den Pfad zur Infopilist, den müssen wir dann noch umstellen, weil die findet er nicht mehr, wenn das jetzt in einem anderen Ordner liegt. Denn, das muss man ja vielleicht auch noch betonen, im Moment ist es so in Xcode, ich weiß gar nicht, wann das eingeführt wurde, ob das mit Xcode 11 war oder auch schon ein bisschen länger. Aber, dass wenn man hier neue Groups erstellt, dann werden auch im Finder, also in dem Projekt-Ordner, auch neue Ordner erstellt. Das war früher nicht so. Das kann man sicherlich, sehr wahrscheinlich auch umstellen. Ja, da wurden diese Ordner nur in Xcode erzeugt, aber im Finder lag das trotzdem alles an einer Stelle. Dem ist jetzt aber nicht so. Und das bedeutet halt, im Moment liegt halt die Info.p-List direkt in diesem Tears-Shopping-List-Ordner. Und wenn ich das jetzt in einen anderen Ordner verschiebe, dann findet das Projekt das erste einmal out of the box nicht mehr. Ja, da müssen wir eben gucken. Und deswegen, jetzt zoome ich gerade schon mal wieder raus, wenn ich das hinkriege. Ja, ich möchte gerade nur mal gucken, ob der Assets-Katalog hier irgendwo referenziert ist. Gut, er ist hier referenziert wegen dem App-Icon. Das müssen wir dann möglicherweise umstellen. Gucken wir mal, wie er das macht. Ja, auf jeden Fall, dann lasse ich das jetzt mal wieder in dem Format. Ich nehme diese drei Dateien, die Assets-Datei, die Info.p-List und unser XC-Data-Model-D. Und ich werfe das mal in den Resources-Ordner. Ja, so und jetzt mache ich mal folgendes, Freunde. Zack, ich habe nämlich mit den Finder-Ordner hier drüben. Das ist hier der Projekt-Ordner. So, jetzt noch mal diese tolle Funktion hier zum reinzoomen. So, zack. Und dann können wir jetzt sehen, wie das hier aufgebaut ist. Wir sehen also jetzt in unserem Tears-Shopping-List-Ordner genau die Struktur, wie ich sie auch umgesetzt habe. Mit dem Model, mit den drei Dateien, mit der View. Das sieht super aus, auch mit den Unterordnern. Und hier die Resources. Gut, soweit ist gut. Jetzt gehen wir mal in unser Projekt. Flupp. Und ich mache mal einen Clean und anschließend ein Build. So, und das dürfte nicht, genau, ohne Fehler vonstatten gehen. Das hat er mich sehr gewundert. Und gucken wir uns das mal an. Genau. Und da meckert er auch schon. Ich nutze das jetzt mal. Das ist voll fancy hier. So, hätte ich schon mal früher entdecken müssen. Nur mit zwei Monitoren ist das ein bisschen unschick, weil ich gerade hier nicht rüberkomme, weil er da immer auf den zweiten Monitor hüpft. Aber sei es drum. So, wir sehen schon, er findet einfach die Info.plist-Datei nicht mehr. Und das habe ich ja gerade schon erklärt, weil die ist fest programmiert sozusagen. Er sucht im Ordner die Shopping-List danach, aber dort ist die nicht mehr, weil wir jetzt noch den Unterordner Resources haben. Oh, Entschuldigung. So, und das bedeutet, wir gehen einmal hier auf unser Projekt und dann in die Build Settings. So, ich wähle hier mal All aus, dass wir wirklich alles sehen. Und dann suchen wir einfach mal, so geht es am schnellsten, nach Info.plist. Und da sehen wir hier auch schon unter Packaging hier den Pfad zur Info.plist-Datei. Und da ist eben im Moment die Shopping-List slash Info.plist eingetragen. Und das bedeutet, hier müssen wir den Pfad einfach anpassen und den Resources-Ordner noch mit angehen. So, und sobald wir das gemacht haben, sollte dieser Fehler verschwinden. Ich weiß jetzt nicht, ob noch was anderes hinterherkommt. Nein, Builds succeeded. Lass mich auch gerade mal gucken, hier mit dem App-Icon. Also der Umzug des Asset-Katalogs in einen eigenen Ordner, das stört ihn offensichtlich nicht. Das wusste ich jetzt nicht mehr out of the box. Da wird es wohl keine Probleme geben. Und die XC-Data-Model-Datei, wo die liegt, ist sowieso letzten Endes egal. Die muss halt in unserem App-Bundle mit drin sein. Die wird ja dann im Code referenziert, aber wo die liegt, spielt keine Rolle. Die Info.plist-Datei ist eben einfach kritisch, weil die hier in den Build-Settings direkt angegeben ist. Okay, damit sind wir durch. Ich glaube, auch mit meinem Gelaber haben wir schon über zehn Minuten. Das ist ja super. Ich führe das jetzt gerade mal aus, nur um sicher zu gehen, dass wir nichts zerschossen haben. Und das sieht ganz gut aus. Also nachdem wir am Code nichts geändert haben, die Tatsache, dass wir es ausführen können, stimmt mich sehr zuversichtlich, dass wir hier keine Probleme haben. Ich stelle mal noch einen Market, weil das hier so leer ist. Aber sieht gut aus. Ja, ein bisschen Refactoring einfach, was das Projekt betrifft. Und immer, wenn ich sowas gemacht habe, also gerade so weitläufig die Projektstruktur geändert habe und das Ganze jetzt auch nach einem Test läuft, dann nutzen wir auch wieder die Source Control. Das bedeutet, ich mache hier mal einen Commit. Und ich nenne das mal Updated Project Structure. So, gebe ich hier ein, schicke das Ganze ab und dann ist es jetzt auch safe in unserer Versionsverwaltung drin. Wenn wir jetzt also doch irgendwie noch Probleme feststellen sollten, können wir da wieder zurückspringen oder auch einen vorigen Stand wiederherstellen. Das ist gut. So, und jetzt nehme ich mir trotzdem die Zeit und gucke mir mal noch eine Kleinigkeit an. Und das betrifft nämlich die Benennung unserer Dateien. Den Canvas brauche ich dafür nicht und passt es noch ein bisschen an. Das wird auch immer wieder mal vorkommen. Das habt ihr ja auch schon gesehen. Einfach, weil das sinnvoll ist. In so einem Projekt, das wächst und wächst, dann sollte man einfach ab und an mal innehalten und sich angucken, ob das noch alles so richtig ist. Ich werfe jetzt einmal nur einen Blick auf unsere Hauptviews. Die Contentview können wir noch so lassen. Generell, ich mag diesen Begriff Contentview dahingehend, als dass das für mich immer der Einstieg für unser Main Window einfach ist. Ist ja in diesem Fall auch sehr einfach. Wir haben nur ein Window. Und dann ist das halt die View, die da geladen wird. Man könnte die Tabview theoretisch in eine eigene View auslagern und die dann in der Contentview einbinden. Das machen wir vielleicht auch noch. Aber sehe ich jetzt nicht als notwendig an, weil die Contentview noch immer sehr überschaubar ist. Gehen wir mal weiter. Die Shopping Items List. Ja, das ist jetzt auch so die Krux. Die haben wir ja dahingehend ein bisschen angepasst, als dass die Hauptview hier oben, die neue Shopping Items List Navigation View ist. Und an sich, ich finde diesen Aufbau der Datei in Ordnung, weil das ja alles im Endeffekt für eine Ansicht ist. Wir haben die Navigation View, wir haben die List View, wir haben die Navigation Links und die eigentlichen Zellen. Das kann alles in einer Datei bleiben, weil das so für mich durchaus passend ist. Wir haben ja hier auch die Preview entsprechend angepasst. Aber das mag ein bisschen kleinkariert sein. Ich würde die Datei tatsächlich umbenennen, weil die Hauptview, die Ausgangsview, diese Shopping Items List Navigation View ist. Dann finde ich es ganz schön, wenn die Datei auch so heißt. So, und das ist dann gehe ich mal her. Ich kopiere mir den Namen und benenne die Datei einfach mal hier in Xcode um. Und hier vielleicht nur die Anmerkung, weil das hatte ich auch schon öfter gehabt. Das klappt nicht immer so rund. Es kann sein, dass er in Xcode es vielleicht richtig anzeigt, aber im Finder hat er das Ganze nicht umgesetzt. Das sieht jetzt aber gut aus. Ja, nur falls es da irgendwelche Probleme geben sollte, dann hatte ich das schon öfter, dass er die Datei plötzlich nicht mehr findet, nachdem ich sie umbenannt habe. Einfach, weil er sie zwar in Xcode sozusagen in der Struktur umbenannt hat, aber nicht die originale Datei auf der Festplatte. Dann findet er die nicht mehr und dann muss man die nochmal neu einbinden. Ja, aber das passt. Und ich bin auch sehr kleinkariert an der Stelle. Ich möchte dann auch hier in diesem kommentierten Header auch den passenden Namen für die Datei reingeben. Okay, das ist nur eine Kleinigkeit. Eine weitere Kleinigkeit, die wir mal noch anpassen können, die es einfach ein bisschen schöner macht. Jetzt hole ich doch mal die Preview her und hoffe, dass sie funktioniert nach den Änderungen, die wir da ja vor einiger Zeit durchgeführt haben. Warten wir mal kurz. Dann passe ich das nämlich noch an, weil wir hier diese Shopping-Items-List anzeigen und da wollen wir dann auch nicht die Shopping-Items-List anzeigen, sondern die Shopping-Items-List Navigation-View. Ich dachte eigentlich auch gerade, das hätte ich schon mal gemacht, aber anscheinend nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das ein alter Code-Stand ist, aber wie auch immer. Weil wir sehen ganz schön, das hier ist unsere Shopping-Items-List. Das sind die Zellen aber ausgegraut, weil das eben nicht in der Navigation-View ist. Und natürlich könnten wir jetzt hier in der Preview das in eine Navigation-View packen, aber das haben wir ja schon. Ja, das ist ja hier, Entschuldigung, unsere View, die Shopping-Items-List Navigation-View und dann binde ich die hier auch ein. So, jetzt muss ich nur gucken, bei der Initialisierung brauchen wir nämlich nichts. Ja, das heißt, zack, das, was hier reingegeben wurde, das kann weg. Environment lasse ich mal so. Genau, und dann sieht das hier gleich schon viel schöner aus. Das ist halt eben wirklich die View, die eigentlich hier repräsentiert wird. Dass wir die Zelle noch einzeln haben, soll mir recht sein. Das haben wir ja wirklich aus dem Grund gemacht, um es schön testen zu können. Das kann auch so bleiben. Aber dass wir hier in der Hauptpreview jetzt wirklich auch die Navigation-View mit der Navigation-Bar sehen, das ist deutlich schöner. Okay, dann packe ich den Canvas mal wieder weg und wir gehen mal weiter. Und jetzt kommen wir nämlich wirklich so zu meinem Liebling, was ich schon öfter angesprochen habe, die Add-Shopping-Item-View, die ja wesentlich mehr ist. Wir sehen ja, wir haben hier die View, um neue Items hinzuzufügen, die um welche zu bearbeiten und unsere eigentliche Shopping-Item-View. Und wenn es darum geht, Dateien auf Basis von SwiftUI-Views zu benennen und zu strukturieren, orientiere ich mich wirklich immer gern an dem Hauptelement in gewisser Weise. Und in diesem Fall ist das Hauptelement für mich ganz klar die Shopping-Item-View. Weil diese View zum Hinzufügen neuer Items und zum Bearbeiten neuer Items, die stehen zwar hierarchisch gesehen da drüber, das haben wir ja gesehen, weil die binden dann diese Shopping-Item-View ein. Aber letzten Endes haben wir ja die Shopping-Item-View nur deswegen gemacht, weil sie das ist, was diese beiden Elemente eint. Das ist diese eine zentrale View und das ist halt ein Overlay darüber, abhängig davon, ob ich jetzt Elemente bearbeite oder neue hinzufüge. Und deswegen mache ich im ersten Schritt schon mal Folgendes, ich schiebe die mal ganz nach oben. Das finde ich hier ganz knuffig. Dann ist das hier einfach drin, dann sehen wir, okay, es geht hier um die Shopping-Item-View und da ergänzend haben wir noch eine Shopping-Item-View und die Edit Shopping-Item-View. Das ist gut so und auch hier werde ich entsprechend die Datei umbenennen. Das ist nicht mehr die Shopping-Item-View, weil das stimmt einfach so nicht. Das ist nicht nur eine View zum Hinzufügen von Shopping-Item, sondern auch für die Bearbeitung und deswegen ändern wir hier den Namen. Das ist jetzt die Shopping-Item-View und auch wie zuvor ändere ich das noch hier oben. Ja, finde ich einfach Refactoring-mäßig ganz schick, dass das hier auf einem Nenner ist. Ich finde es auch krass, wenn ich gerade sehe, wann wir hier schon angefangen haben. Das ist echt der Wahnsinn. Okay, gut. Und damit ist das Ganze durch, was ich hier auch noch anpassen werde und das mache ich, glaube ich, auch noch in Shopping-Item-List-Navigation-View, da habe ich das vergessen. Hier die Preview möchte ich auch noch umbenennen, weil die soll sich auch immer an dem Dateinamen orientieren. Das heißt, das ist jetzt Shopping-Item-View-Previews und ich sage mal so langfristig hier könnte man das auch noch anpassen, weil wir hier jetzt nur diese Shopping-Item-View anzeigen. Soll mir jetzt auch für den Moment mal noch recht sein, weil da haben wir zumindest eine View, die auch diese Shopping-Item-View einbindet. Um die View zu sehen und mit ihr zu interagieren, reicht das aus. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Mich wundert, dass er das hier nicht so schön anzeigt. Zocke, zocke, zocke. Aber er hat es richtig umbenannt. Also es sieht alles gut aus. Ich mache mal ein Bild. Ja, ist bis jetzt alles gut. Also wir haben nichts kaputt gemacht. Okay. Und bei dem Rest, lass mich gerade mal gucken, Markets-List, ja, haben wir dasselbe Spielchen wie zuvor auch. Hier würde ich auch jetzt als Basis die Markets-List-Navigation-View nehmen. Deswegen benenne ich das hier auch gerade mal um. Zack. Und auch die Preview. Und jetzt habe ich ja gerade gesagt, gucke ich mal hier noch, genau, weil das die Shopping-Items-List-Previews. Das benenne ich jetzt um in, zack, zack, zack. Shopping-Items-List-Navigation-View-Previews. Mag kleinkariert sein, aber ja, finde ich einfach ein bisschen schöner und aufgeräumter so. Ansonsten kann das so bleiben. Und die At-Market-View, ich gucke gerade mal drüber, die kann tatsächlich zumindest für den Moment auch so bleiben, weil das tatsächlich nur eine View zum Hinzufügen von Markets ist. Auch hier ist sehr wahrscheinlich, dass wir passend refactoren werden, weil das ähnlich wie beim Hinzufügen und Bearbeiten von Shopping-Items einfach dieses eine generische Formular ist. Und das werden wir sicherlich auch bei den Markets sowohl für die Erstellung, wie es jetzt der Fall ist, als auch später für die Bearbeitung verwenden. Aber wie gesagt, für den Moment ist das ja vollkommen legitim. Es ist eine reine View zum Hinzufügen von Markets, dann kann das auch eine At-Market-View bleiben. Okay, Freunde. Das Einzige, was mir jetzt noch aufgefallen ist, was wohl diskussionswürdig ist, was ich aber für den Moment zulasse, da würde mich auch tatsächlich interessieren, was ihr darüber denkt. Das ist, wenn wir uns jetzt diese Struktur angucken, ich finde das ein bisschen hässlich, dass hier jetzt mittendrin dieser Shopping-Item-Dummy ist. An sich ist die Position okay, weil ich verbinde ihn so gesehen hier direkt mit der View, für die er relevant ist mit der At-Shopping-Item-View. Neige aber, so wie jetzt im Moment diese Swift-Datei aufgebaut ist, dazu, diese Structure als Nested-Type hier direkt in At-Shopping-Item-View umzusetzen. Ein charmanter Vorteil dabei ist, dass wirklich dieser Dummy ganz explizit zu dieser View gehört, was ja in gewisser Weise technisch gesehen auch der Fall ist. Wir müssten dann natürlich nur den Code ein bisschen umstellen. Hier, wenn wir nämlich unseren Shopping-Item-Manager betrachten und diese At-Shopping-Item-Methode, die einem Dummy entgegen nimmt, denn dann können wir hier nicht mehr einfach auf den Shopping-Item-Dummy-Typ zugreifen, sondern müssten natürlich voran noch At-Shopping-Item-View stellen, weil das ist ja dann der Haupttyp. Und das bläht das Ganze natürlich wiederum ein bisschen auf, was nicht ganz so hübsch ist. Deswegen bin ich da jetzt gerade ein bisschen hin und her gerissen. Na, wo will ich hin? Hier will ich hin. Ne, will ich gar nicht. Oh, Xcode. Ja, doch hier. Alles gut. Okay, ich bin verwirrt. Alles in Ordnung. So, das ist so das, was mich jetzt davon abhalten würde. Aber da würde mich auch mal interessieren, so von der Struktur her, wie ihr das handhaben würdet. Das war jetzt am Anfang ganz charmant, wie wir das angelegt haben, weil da stand die At-Shopping-Item-View ganz oben. Da hat man das einfach drüber geknallt. Alles ist gut. Jetzt, wo ich gesagt habe, okay, ich will eigentlich die Shopping-Item-View als Hauptelement dieser Swift-Datei ganz oben haben, ist das nicht mehr ganz so schön. Würde mich einfach mal interessieren, was ihr da meint, was da vielleicht ein ganz schönes Pattern wäre, das umzusetzen an sich. Ich finde das als nächstes Type, habe ich ja eben erklärt, ganz charmant, weil es dann auch direkt gekoppelt ist. Bedeutet aber auch, an den Stellen, wo ich außerhalb der View auf den Dummy zugreifen will, muss ich halt einfach da drüber gehen. Es sei denn, ich lege mir noch irgendwie einen Type-Alias an. Ja, wäre vielleicht mal so die Sache. Aber gut, das ist jetzt einfach mal eine kleinere Lesson, die trotzdem dank meines Gelabers auch schon wieder über 20 Minuten gedauert hat. Aber egal, wir haben einfach jetzt mal das Projekt ein bisschen schöner strukturiert. Das ist sehr viel wert, gerade jetzt auch, wenn wir damit weiterarbeiten. Model und View sind jetzt von der Hierarchie hier. Ui! Ganz klar getrennt, das ist auf jeden Fall schon mal viel wert. Es ist einfach ein bisschen mehr Ordnung drin. Wir haben auch mal die Dateien umbenannt, gerade hier bei dieser Shopping-Item-View war mir das wichtig, weil da war jetzt schon die Bearbeitung mit drin. Da hat Shopping-Item-View einfach nicht mehr gepasst. Gut, und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Bin gespannt auf euer Feedback, was eine mögliche Auslagerung hier unseres Dummies betrifft, was wir jetzt möglicherweise mit dem machen, ob wir ihn einfach so lassen oder wie wir das Ganze eventuell optimieren können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine sehr schöne Zeit und freue mich dann, wenn wir uns in einem der kommenden Videos wiedersehen. Das wird dann wahrscheinlich das erste Video sein, was ich tatsächlich auch in 2021 aufnehmen werde. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich auf euch und bis bald. Macht's gut. Tschüss.